Was geht ab YouTube Online? Wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Call of Duty Black Ops 3 auf der Map Nuketown mit der IRC. Ohne Aufsätze, ohne alles freigeschaltet oder gerade erst gekauft. Uh, die sieht aber gut aus. Ich hatte wohl mal auf den Schwarkmann ein Skin für die rausgeholt. Oh, wie ich Nuketown hasse. Aber eine schicke Waffe, sieht irgendwie stylisch sehr, sehr gut aus. Oh. Ja, fahrt wohl ein bisschen Power unterm Arsch. Was ist denn? Was war das denn jetzt, bitteschön? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hä? Ey, unfassbar. Unfassbar. Da könnte ich wieder volle Pulle ragen. Habe ich natürlich, ne? Ich seh' nix. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Und trifft mich noch mit seinem Feuer. Unfassbar, ey. Verbündete Drohne nähert sich. Ey, Junge, Junge, Junge. Was war das denn? Na, im Auto stand einer. Ich brauche dringend aufsetzen. Oh, no. Oh no. Oh no. Wie kommen die denn jetzt bei uns hier nach oben, Alter? Na, das ist ja immer wieder die Frage der Fragen der Form der Fragen. Guckt euch das an wieder, der bei uns war eben nur am Basecamp. Oder am Schimmeln ist. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Drohne nähert sich. Oh, wo kommt der? Ja klar, du lutschst doch auch an Mamas Nippeln, Alter. Unfassbar, ey. Darauf so rumzuhüpfen. Der meint auch, ey. Junge, 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 Junge. Puh. Boah, 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 boah. Da steht er da oben und snipet rum, Alter. Voll am Schimmel mit Level 33 und schimmelt schon. Da weißt du ja, was die nächste Generation an Call of Duty Spieler, der Schimmler. Und der snackt auch noch schön gemütlich den Kill ab. Da kennt der nix. Versager kann echt niemand gebrauchen. 12.13. Naja, gut meine lieben Leute, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.